Hey Leute und willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo. Ich wollte nur kurz anmerken, dass wir jetzt gleich ab 6 Uhr, also 18 Uhr live sind auf Twitch und ihr könnt natürlich mit dabei sein in unserem TS. Die IP wird hier eingeblendet und das Ganze ist auch auf dem golmahd.net-Server, also das ist die IP davon und genau, aber auch auf anderen, aber auch auf diesem, also am Anfang bitte alle mal, wenn ihr mitspielen wollt, auf dem Server, dann alles, erfahrt ihr auch alles im Livestream, also guckt auch einfach auf twitch.tv-cobslap-lp und die TS3-IP ist cobslap-lp, das ist lp.nitrado.net, aber wird hier auch eingeblendet und dann würde ich sagen, bis gleich, haut da rein und ciao.